Azov wurde im Krieg um den Donbass im Frühjahr 2014 gegründet. Weil die reguläre Armee den Separatisten wenig entgegensetzen konnte, gründeten sich Freiwilligenbataillone. Azov war eines von ihnen. Es wurde berühmt, weil es die Hafenstadt Mariupol von den russlandtreuen Kombatanten zurückeroberte. Seitdem gelten die Jungs von Azov als harte Kämpfer mit rechter Ideologie.